Dann kommen Sie doch zu uns, nach deutschem Ost. Was? Natürlich. Wo soll ich hin? In den Osten. Im Osten geht die Sonne auf. Sag Sie, was ist denn mit Ihrer Stimme los? Die waren erst beim Logopäten, die reden so gequetscht. Haben Sie die Kassette von Til Schweiger verschluckt? Hören Sie, das Ostvolk hat sogar einen großen Vorteil. Wir wissen genau, wie man scheitert. Verstehen Sie? Ja, also auf in die besetzten Gebiete. Erleben Sie mit mir einen Scheitern in Würde. Können Sie mir bitte mal verraten, was ich im Osten soll? Na, wegen der FDP. Ja, mit der habe ich doch im Westen schon genug am Hals. Ja, eben. Aber im Osten gibt es so gut wie keine FDP. Ah, dafür so seltsame Menschen. Es gibt bei uns sogar Gegenden, da gibt es fast keine Menschen mehr. Aber dafür ausgezeichnete Beobachtungsfelder, für Vögel zum Beispiel. Natürlich, bitte, beobachten wir im Reich der Vögel jetzt den kleinen Eisvogel. Oder ganz aktuell unsere Trottellumme aus Mecklenburg. Nein, nein, nein. Allein der Gedanke, wie unsere Kanzlerin sich im Herbst mit dem liberalen Zugvogel nach jahrelanger Balz zur Brautschau trifft, lässt mich reiern. Schnell, schnell ins Nest! Hochverehrte Vogelfreunde, liebe Vogelbäuerin, lieber Vogelbauer. Werte Menschen, liebe Gäste, ich bin zutiefst dankbar. Ja, glücklich, heute und hier über einige zeitbemessene Probleme unserer Vogelwelt sprechen zu dürfen. Denn wir alle wissen, wo der Vogel ist, da ist auch ein Problem. Viele Hobby-Ornithologen schreien heute lauthals vorwärts und schnell vergessen. Aber ohne die Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Und deshalb, liebe Vogelfreunde, rufe ich heute und hier von München aus vorwärts zur Vergangenheit. Bitte, liebe Vogelfreunde, lieber Vogelbauer, liebe Vogelbäuerin, erinnern wir uns. Vor noch nicht gar nicht allzu langer Zeit wurden in unserem heimatlich angestammten Brutrevier Standvögel zu Zugvögeln. Jawohl, selbst aus Rotkehlchen wurden Mauersegler. Und heute, eine ganze Brut setzt derzeit zum totalen Sturzflug an. Millionen Vögeln werden die Flügel gestürzt oder sie dürfen nur noch Kurzstrecken fliegen. Jawohl, eine ganze Brut wird beschissen. Und sie bescheißt sich auch noch selbst. Aber wie sagte erst jüngst Walter von der Vogelweide auf seiner letzten Vogelzu- und Anstandstagung, jetzt endlich fliegt zusammen, was schon einmal zusammenflog. Und damit, liebe Vogelfreunde, widmen wir uns ganz geschickt dem Vogel des Jahres 2009, unserer Trottellumme aus Mecklenburg. Nun, meine neuesten Erkenntnisse über diesen flauschig-drolligen Gesellen, gewonnen in Fauna und Sauna-Flora, besagen, die Trottellumme zählt nicht unbedingt zu den schönsten und prächtigsten, aber sie ist die schwerste ihrer Art. Und deshalb erkennt der erfahrene Vogelbauer, die erfahrene Vogelbäuerin, sie anstandslos, also ohne Anstand, schon von Weitem. Woran? Nun an ihrem wundervoll gezeichneten schwarzen Kopf und dem kurz aberkräftigen Schnabel, der bei großer Hitze schon mal offen stehen kann, den Trottellummen schwitzen nie, so muss geheuchelt, gehechelt werden. Oft werde ich ja gefragt, ja wie stellst denn du dir nun als Hobby-Onithologe einen breiten Vogelgesang hier im Vereinigten Brot-Revier vor. Gestatten Sie mir dazu, dass ich eine kurze Demonstration im Sinn einer Skizze wage. Erleben wir also auf der einen Seite die kleine Amsel aus dem Osten unseres Landes, bemüht um den Dialog. Und auf der anderen, aus dem Westteil stammend, der uns bekannte Druthan. Ich demonstriere Noch einmal zum Vergleich Die kleine Amsel Unser Druthan Haben Sie etwas verstanden? Ich denke, es kann also nur heißen, liebe Vogelfreunde, mit dem Vogel, für den Vogel, aber nicht durch den Vogel, ansonsten gute Nacht Deutschland.